herzlich willkommen zu einem neuen video mit broker finmax ich handel 60 sekunden bis zwei minuten mein startrate beträgt hier 2000 euro zunächst suche ich mir einen passenden trade im metatrader 5 nach meinen einstiegskriterien us dollar japanischen sieht ganz gut aus müsste allerdings noch etwas fallen 1 Ich gehe rein und gleich nochmal. Und nochmal. Aktuell sind alle drei Trades im Gewinn. Noch 20 Sekunden. Perfekt. Alle drei Trades gewonnen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Adios.